Vor allem älteren Oldenburgern wird beim Betreten dieser Halle auf dem Fliegerhorst das Herz aufgehen. Sofort werden Erinnerungen wach an Busfahrten auf rumpeligen Straßen, dicke Rußwolken, die aus den Auspuffrohren quollen, in Straßen, die heute als Fußgängerzone für den automobilen Verkehr gesperrt sind. Dicht an dicht stehen die geschmückten Busse, aber auch Anhänger, in denen ebenfalls Personen transportiert wurden, auf dem Fliegerhorst. Im Dach des Anhängers sind oben kleine Klappen eingelassen, die bei Bedarf geöffnet werden konnten, damit der von Zigarren, Zigaretten und Pfeifen aufsteigende Qualm abziehen konnte. Hier stehen die Busse jedenfalls trocken, freuen sich Pekol-Nachfahre Fritz Hakeberg-Pekol und Horst Luckau. Letzterer hatte die Busse, die heute Hakeberg-Pekol gehören, für den Verein für Verkehrsgeschichte gesammelt und vor der Verschrottung gerettet. Manche sind in schlimmem Zustand, wurden zu Campingbussen umgebaut oder dienten als Lager. Andere sind nach wie vor startbereit. Manche sind in schlimmer, Äpfing-Pekolow-Apfing-Pekolow, und herrschen des D��니다. Und das ist die Untertitel,